Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie man in R eine Häufigkeitstabelle für metrische Variablen erstellt. Für kategoriale und ordinale Variablen habe ich das bereits im rechts oben verlinkten Video gezeigt. Mit einer Häufigkeitstabelle wie dieser möchte man die absoluten, die relativen, wahlweise auch die kumulierten absoluten und die kumulierten relativen Häufigkeiten darstellen. Es handelt sich also somit salopp gesagt um ein Histogramm in Tabellenformen. Als allererstes, nachdem man Daten eingelesen hat, installiert man ein zusätzliches Paket über die install.packages-Funktion. Da bitte in Anführungszeichen DeskTools, Desk wie Descriptives. Das Ganze nach der Installation noch laden mit der Library-Funktion, also Library und dann ohne Anführungszeichen DeskTools. Ich habe das schon installiert und geladen, deswegen führe ich es nicht nochmal aus und beginne direkt mit der entsprechenden Funktion, die ich hier unten rechts in der Hilfe auch schon aufgerufen habe, nämlich die Freq, also Frequencies-Funktion. Die gebe ich einfach ein und dann kann ich hier standardmäßig die Variable eingeben, die ich darstellen möchte. Das heißt hier einfach im DataFrame Data-XLS Dollarzeichen und dann von mir aus die BMI-Variable. Das kann ich bereits ausführen, dann habe ich aber hier in Anführungszeichen das Problem, dass aufsteigend natürlich für den Wertebereich, den ich habe, der ist in meinem Falle so zwischen 16 und 35, hier jeweils immer nur Zweierabstände habe. Jetzt ist es so, der BMI, das kann man hier auf Wikipedia auch nachlesen, der hat natürlich nicht jeweils Breiten von 2, was die jeweiligen Kategorien angeht, sondern eben unterschiedliche Breiten. Also das Normalgewicht ist von 18,5 bis 25, das Übergewicht von 25 bis 30, zumindest Prä-Adipositas. Also wir sehen letztlich, dass die Grenzen hier nicht immer 2 sind, beziehungsweise die Breiten der Intervalle. Und das muss man natürlich im Vorfeld auch wissen, weil es inhaltlich auch relevant ist, dass die Grenzen eben andere sind, als dass R jetzt hier standardmäßig tut. Und um das zu ändern, gibt es die Möglichkeit, hier sogenannte Breaks einzufügen. Allerdings gibt es da auch zwei Möglichkeiten. Die allererste Möglichkeit wäre mit Breaks ist gleich C und dann in Klammern, dann legt man eine Liste fest, wo entsprechend die Werte, also sprich die Grenzen eingezogen werden. Ich nehme jetzt einfach mal 16, das ist die unterste Grenze, dann 18, 25, 30 und 35. Das ist jetzt nicht exakt angelehnt an das, was eben bei Wikipedia stand. Warum, das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Wir sehen jetzt hier also, dass ich vier Intervalle habe, also von 16 bis 18. Einschließlich bedeutet also größer gleich 16 und kleiner gleich 18, weil die eckigen Klammern dafür sorgen, dass das mit dazu gehört. Die runden Klammern bedeuten, wenn jetzt hier runde Klammer 18 steht, größer 18, also ab 18,0001 von mir aus, bis einschließlich 25, also kleiner gleich 25. Dann hier wieder größer 25 bis kleiner gleich 30. Dann sehen wir entsprechend die absoluten Häufigkeiten bei Frequencies 2, 42, 5 und 2. Das heißt, die meisten sind hier bei 18 bis 25. Das wäre das Normalgewicht. Achtung an der Stelle, ich habe es eben schon gesagt, ich habe nicht die exakten Grenzen genommen. Was man aber hier auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist bei dieser Übersicht, Man hat hier als Normalgewichts-Obergrenze die 25 und hat gleichzeitig dieselbe Grenze bei Adipositas, beim Übergewicht Prä-Adipositas als Untergrenze. Das heißt, bis einschließlich 25, ab einschließlich 25. Das sorgt natürlich dann dafür, dass die Fälle, die genau bei 25 sind, theoretisch doppelt zugeordnet werden würden. Deswegen wichtig an der Stelle, dass man darauf achtet, dass die entsprechenden Grenzen für diese Klassen, diese Intervalle, eben überschneidungsfrei sind. Also immer darauf achten, dass man hier jeweils nur Klammer auf bzw. eckige Klammer zu hat oder umgekehrt. Wie geht das, wenn das umgekehrt wäre? Dann würde man sagen, mit right ist gleich false. Da würde es eben sagen, dass die rechte Intervallgrenze, das wäre jetzt hier entsprechend die 18 runde Klammer zu, dass die eben nicht zum Intervall gehört. Das heißt, hier würde bedeuten, ab 16, also größer gleich 16 und dann kleiner 18. Hier war es eben so, größer gleich 16, kleiner gleich 18. Also hier würde man sozusagen die runden Klammern von der linken auf die rechte Seite schieben und das würde hier eben right gleich false. Das heißt, die rechte Seite des Intervalls gehört nicht zum Intervall bzw. die rechte Intervallgrenze. Das Ganze kann man natürlich auch mit gleich true umdrehen. Dann wäre das natürlich so wie bisher. Standardmäßig wird right gleich true verwendet. Man kann, und das mache ich mal in einer extra Zeile, statt die Breaks hier so manuell zu definieren, aber auch sagen, ich hätte gerne nur 5 oder 6 Breaks. Bei 6 Breaks beispielsweise bekommt man auch 6 Intervalle. Das heißt, Breaks gleich 6 bedeutet, man bekommt 6 Intervalle. Das sieht man hier, also 1 bis 6, die dann jeweils die entsprechenden gleichen Breiten oder fast annähernd gleichen Breiten haben. Das heißt, hier zum Beispiel von 16,5 bis 19,4. Das wären also 2,9. Hier 19,4 bis 22,3. Analog. Und das istạtbar. Vielen Dank.